Hallo zusammen! In diesem Video lernst du wieder neun Buchstaben. Also mach mit! Das ist die Jacke, der Joghurt, ein Jaguar und dieser Junge spielt mit einem Jojo. Hast du es erkannt? Genau! Es geht um den Buchstaben J. Lass uns noch mehr Wörter finden, die ein J im Wort haben. Erinnerst du dich daran? Das war unser Jahreskreis und das Jahr hat ein J vorne dran. Es gibt in unserem Jahreskreis auch ein paar Monate mit einem J. Kannst du sie finden? Da ist der Januar und der Juni und der Juli. Im Januar ziehen wir immer die Jacke an und im Juni können wir diese leckeren Johannisbeeren essen. Alle diese Wörter beginnen mit einem J. Schau mal! Diese freche Katze jagt die Maus. Jagen schreibe ich auch mit einem J. Und in dieser Krone sind ganz viele Juwelen. Die Juwelen sind die Edelsteine, die so schön glitzern. Und das ist kein einfaches Boot, sondern ein Kajak. Und das Kajak schreibe ich mit einem J in der Mitte. Übrigens, probiere mal Kajak rückwärts zu lesen. Fällt dir etwas auf? Man kann es vorwärts und rückwärts gleich lesen. Dieser Clown übrigens, der jongliert. Und jonglieren schreibe ich auch mit einem J. Super! Jetzt hast du schon in ganz vielen Wörtern das J gefunden. Das J schreiben wir so. Das große J ist im Dach und in der Wohnung. Das kleine J darf runter in den Keller. Nimm deine Finger nach oben und mach bei der Übung mit. Wir starten mit dem großen J. J. Wir fahren gerade nach unten und machen unten noch einen kleinen Haken dran. Wegwischen und von vorne noch einmal in die Luft schreiben. Gerade nach unten und einen kleinen Haken dran. Das ist das große J. J. Schnell wisch es aus der Luft weg. Und wir machen noch das kleine J. Wir starten in der Wohnung, fahren in den Keller gerade nach unten und machen einen kleinen Bogen. Beim kleinen J dürfen wir den Punkt nicht vergessen. Wie beim kleinen I. Wegwischen und noch einmal. Wir starten in der Wohnung, fahren gerade nach unten, einen kleinen Bogen unten dran und dann Punkt noch für das kleine J. Wegwischen und so schreibt man das J. Jetzt bist du dran. Viel Spaß mit deinen Aufgaben und bis bald!